Ich bin heute in Freywalde, das liegt zwischen Berlin und Dresden und besuche die Kampa Produktionsstätte und schaue mir mal an, wie mein Haus hier produziert und hergestellt wird und ich bin gespannt, wie das Ganze so aussieht. Peter! Hey, hallo Fabian! Grüß dich! Schön, dass du hier bist! Dankeschön! Geil! Hallo! Hab ich noch nie live gesehen, ja? Ich zeig dir jetzt mal, wie dein Haus entsteht. Jetzt sind wir quasi an der ersten Station. Hier werden Außenwände gebaut. Meine Eindrücke hier in der Kampa Produktionsstätte, die sind überwältigend einfach, ja? Wie präzise hier gearbeitet wird und dass jedes Teil einzeln vorbereitet wird, präpariert wird und nachher dann ein großes Ganzes ergibt. Und es ist echt Wahnsinn zu sehen, wie das wächst, einfach das Haus. So Fabian, jetzt sind wir hier eigentlich am Ende von unserem Rundgang angekommen und du siehst, wie hier jetzt noch die Teile verladen werden. Und wir brauchen so vier bis fünf LKWs für dein Haus. Und du siehst, ein Haus passt tatsächlich auf einen LKW. Ja. Hat mich echt gefreut, dass du da warst. Peter, danke für den Rundgang. Bis bald. Interessant. Ich hätte niemals gedacht, dass man ein Haus auf einem LKW angeliefert bekommt, ja? Und wenn ihr sehen wollt, wie genau dieses Haus, mein Haus bei mir aufgestellt wird, dann schaltet ihr die Tage wieder in den Blog ein und könnt bei der Montage zuschauen.